Ich hab dir das von meinen Albtraum erzählt. Die sind schlimmer geworden. Ich bilde mir ein, dass ich verfolgt werde. Ich will wissen, ob das ein Geist ist oder in meinem Kopf. Ist du jetzt hier? Ja. Ich bin übrigens Henry. Du existierst gar nicht. Das war alles gut. Spürst du das andere? Was ist passiert? Geht's dir nicht gut? Du bist das Beste, was mir seit einer Ewigkeit passiert ist. Vergiss nie, Alter. Du liebst ihn nicht. Weißt du warum? Warum? Dass du es nicht kampfst. Ich kann mich ja... Es fühlt sich manchmal so real an, dass ich gar nicht mehr weiß, was echt ist und was nicht. Ich bin echt. Hast du Angst? Du darfst nie zulassen, dass sie das erfahren. Sie beobachten alles. Du musst dich dort verstecken, wo sie dich niemals vermuten haben. Willkommen bei den Ferons. Die dickes ausschept. Ich bin es 14,5. Versachus. Ich bin es 18agnos. Ab Animation. Vielen Dank.